Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 meiner Filmsammlung. Heute geht es um Thriller und ich zeige euch heute dann wirklich auch noch die MCU-Filme. Legen wir los, ich habe Seven Psychos hier im Steelbook. Ziemlich schicke Steelbook, ich muss auch zugeben, ich habe den Film auf Blu-ray jetzt noch gar nicht gesehen. Ich habe den Film nur einmal davor irgendwie geschaut, aber fand den ziemlich, ziemlich cool und auch ziemlich lustig. Mit einem vor allem echt phänomenalen Cast, vor allem hier Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwell und Christopher Walken. Ziemlich nicer Film, wie ich mich erinnern kann, aber ich muss ihn definitiv bald nochmal schauen. Dann habe ich hier Lola Renn, wohl einer der bekanntesten deutschen Filme. Ist ein super Teil, ist ein Film, der mega Spaß macht, der mega unterhaltsam ist und der vor allem auch mega kreativ ist in seiner Umsetzung. Mit Franka Potente, die ich sowieso sehr, sehr mag, die finde ich zum Beispiel auch in den Bourne-Filmen eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen, außer, ja, das ist ein ziemlicher Klassiker mittlerweile geworden. Dann habe ich Lucky No. 11. Das ist auch so ein ziemlicher Evergreen und irgendwie so ein Tarantino-Film, der kein Tarantino-Film ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Ich finde den Film jetzt nicht so krass, wie er immer gemacht wird. Also ich mag den Film auf jeden Fall sehr, aber ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von dem Film, wie es viele andere Leute sind. Und ich finde den tonalen Shift, den der Film irgendwann hat, irgendwie ein bisschen merkwürdig jedes Mal, wenn ich den Film schaue. Aber an sich ist der Film super, vor allem die Dialoge in dem Film sind der Hammer. Und Josh Hartnett irgendwie, was ist mit Josh Hartnett passiert danach? Keine Ahnung, ich habe ihn nie wieder gesehen. Doch, Penny Dreadful hat er gemacht, oder? Da hat er doch mitgespielt. Kiss Kiss Bang Bang ist auch so ein absoluter Evergreen für mich. Das ist der lustigste Film von Shane Black und ich finde auch der beste Film, den ich von Shane Black gesehen habe, wo er zumindest Regie geführt hat. Das ist, glaube ich, auch so ein Film, den habe ich locker schon zehnmal gesehen und da werde ich niemals müde, mir den anzuschauen, weil es hier einfach so viele Szenen gibt, die ich so unfassbar geil und unfassbar lustig finde, wie die Schauspieler hier miteinander agieren. Die haben auch alle so viel Charisma hier, Val Kilmer, Robert Downey Jr. und Michelle Monaghan. Unfassbar geiler Streifen, ey. Dann Baby Driver von Edgar Wright von 2017 war das, glaube ich. Der Film hat leider, finde ich, nicht so viel Anerkennung bekommen, wie er es verdient hat, weil für mich war das einer der besten Filme des Jahres. Und hier hat Edgar Wright einfach nochmal unter Beweis gestellt, was für ein fucking geiler Regisseur einfach ist. Ich habe noch nie einen Film gesehen, der auf einem Regie-Level so geil war irgendwie und das war ein richtiger Wow-Effekt im Kino damals. Noch dazu diese ganze Sache mit den Songs, das war einfach irgendwie so neu. Die ganzen Charaktere in dem Film sind mega cool und, ja, habe ich auch einfach mega, mega Spaß an dem Film. The Guess, jetzt kommen wir zu etwas härteren Filmen. Den habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest Nights 2015, war es genau, in Hamburg gesehen. Ja, das war der allererste Film, den ich jemals auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe. Das ist auch ein Film, den ich mittlerweile sehr, sehr oft gesehen habe, weil der mir mega ans Herz gewachsen ist. Das ist ein Film, den könnte ich mir immer zu anschauen. Ich finde vor allem Dan Stevens geht in dieser Rolle als eiskalter Killer einfach mega gut auf. Und der Film ist halt ein richtig cooler Genre-Mix aus so einem Action-Thriller und einem Slasher-Film. Und dann hat er aber so Comedy-Elemente drin und das Ganze funktioniert einfach mega, mega gut. Noch dazu sieht der Film geil aus und hat einen unfassbar guten Soundtrack. Dann habe ich Revenge ebenfalls auf dem Fantasy Filmfest Nights gesehen, aber ich glaube, das war 2018. Schon ein bisschen her jetzt. Den fand ich auch ziemlich geil. Ist ein ziemlich, von der Story her, ein ziemlich generischer Rache-Film eigentlich. Aber auch das Setting hier, diese Wüste, ist ziemlich cool. Und wie der Film auch inszeniert ist, fand ich vor allem richtig geil. Ziemlich nervenaufreibender Film, ziemlich hart an einigen Stellen, aber ich fand ihn wirklich ziemlich gut. Dann habe ich hier Scannic Route. Den habe ich auch nur einmal gesehen, seitdem auch nicht nochmal, auch nicht auf Blu-Ray. Aber mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, weil es auch so ein unscheinbarer Film ist, so ein B-Movie irgendwie. Auch nicht mit sonderlich viel Budget, aber mit coolen Schauspielern. Und einer spannenden Prämisse, die zum Ende hin mit einem sehr, sehr coolen Twist daherkommt. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, gebt dem mal eine Chance, schaut den euch an. Burning, über den Film habe ich neulich nur Folge Filmregal gemacht. Deswegen will ich jetzt da gar nicht so viel zu sagen, außer das war mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr. Und ich finde, das ist ein ziemliches Meisterwerk. Old Boy, ihr merkt schon, wir kommen jetzt zu so ein paar asiatischen Filmen von Park Chan-Wook. Was muss ich noch großartig zu Old Boy sagen? Ich habe das Ding hier in einem ziemlich schicken Steelbook. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das Media-Book davon hole, aber dachte, ach, das Steelbook bringt es eigentlich auch. Ich finde das wirklich von der Aufmachung mega gut. Und der Film ist halt, wie gesagt, absolut großartig. Setzt irgendwie Maßstäbe und steht, finde ich, so stellvertretend für dieses ganze Genre des koreanischen Thrillers eigentlich. I Saw the Devil in der Uncut-Version habe ich hier. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Das muss ich wirklich mal bald nachholen, weil der steht schon ein paar Jahre, glaube ich, jetzt hier. Ich glaube, schon zwei Jahre habe ich den jetzt in der Sammlung. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, außer, ich weiß, alle lieben den Film und er soll anscheinend mega brutal sein. Sympathy for Mr. Vengeance habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Der gehört ja zu dieser Rache-Trilogie von Chan-Wook. Lady Vengeance gehört ja auch dazu. Den habe ich auch gesehen. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Der fehlt mir noch in der Sammlung. Sympathy for Mr. Vengeance habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht geschaut. Deswegen kann ich dazu auch noch nichts sagen. Genauso wie Bittersweet Life. Den Film habe ich mal gewonnen, als ich in unserem Studentenkino hier war. Da kriegt man so eine Losnummer zu jeder Kinokarte. Und ich war dann einer der Gewinner und konnte mir dann was aus deren DVD-Grabbelkiste aussuchen. Und das war so der einzige Film, der mich interessiert hat. Deswegen ist er hier auch auf DVD. Muss ich mir auch unbedingt anschauen eigentlich. Habe ich ziemlich Bock drauf. Dann habe ich noch hier Infernal Affairs. Die sind aus Hongkong. Ist eine Trilogie. Auf dem ersten Film basiert übrigens The Departed. Also das ist das Original von The Departed. The Departed habe ich zum Beispiel nie gesehen. Aber Infernal Affairs finde ich richtig geil. Richtig, richtig guter Film. Die anderen beiden Dinge habe ich mir noch nicht angeschaut. Aber ich muss sie mir eigentlich alle drei mal wirklich am Stück angucken. Weil ich glaube, das ist eine ziemlich epische Gangster-Geschichte, die hier erzählt wird. Aber der erste Film, mega. Kommen wir wieder zurück zu US-Filmen. Ich habe hier Verblendung von David Fincher. Ich habe die Filme aus Schweden nie gesehen. Ich habe Verblendung aber gelesen, das erste Buch, und fand das richtig, richtig gut. Ich muss aber sagen, dass mich diese TV-Filme irgendwie nie so wirklich interessiert haben. Aber das David Fincher-Ding finde ich richtig gut auf jeden Fall. Ich mag auch die Fortsetzung, die vor zwei Jahren, glaube ich, rauskam. Verschwörung. Die fand ich auch ziemlich cool. Vor allem, weil ich Claire Foy wirklich sehr, sehr mag. Aber kam definitiv nicht an Verblendung ran. Prisoners von Deneva Landerth. Ach du Scheiße, ist das ein guter Film. Auch nicht ohne, aber vor allem Jack Gyllenhaal und Hugh Jackman und Paul Dano in dem Film. Ey, wie die sich gegenseitig an die Wand spielen, ist so geil mit anzusehen. Hochspannend, sehr, sehr lang, aber trotzdem ein sehr, sehr unterhaltsamer Film auch. Running Scared. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme auf immer und ewig. Auch zu dem Film habe ich schon eine Folge Filmregal gemacht. Also für meine ausführliche Meinung zu dem Film und warum ich den liebe, schaut euch gerne dieses Video an. Good Time. Wer immer noch denkt, dass Robert Pattinson kein guter Batman wird, soll sich bitte den Film anschauen, weil hier beweist er einmal mehr, was für ein grandioser Schauspieler er ist. Noch dazu, der Film ist von den Typen, die auch Uncut Gems gemacht haben, die Safety Brothers. Und Alter, die haben halt wirklich ein Händchen dafür, wirklich so nervenaufreibende Spannung zu inszenieren. Und Good Time ist auch ein kleines Meisterwerk, meiner Meinung nach. Auch mit einem richtig, richtig geilen Soundtrack. Von Michael Mann. Collateral. Ein wirklich richtig geiler Film mit einem richtig guten Tom Cruise, der hier mal eine Antagonistenrolle einnimmt. Der ähnliche Haare hat wie ich, fällt mir gerade auf. Auch ein Film, den ich mir immer wieder angucken kann, der einfach so spannungsgeladen daherkommt. Und auch ein richtiger Evergreen für mich. Goodfellas. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Den habe ich mir vor kurzem in die Sammlung geholt. Muss ich noch schauen. Ich wollte mit einem Kumpel zusammen gucken. Müssen wir auf jeden Fall bald mal machen. Aber ich habe sehr, sehr Bock drauf, weil ich mag doch sehr die Filme von Martin Scorsese. Aber ich habe viele seiner großen Gangsterfilme halt noch nicht gesehen. Deswegen wollte ich mit Goodfellas da eigentlich mal den Anfang machen. Oh, da geht ja auch eine Weile. 145 Minuten. End of Watch ist ein ziemlich geiler Polizeithriller von David Ayer, der den großartigen Suicide Squad und den noch besseren Bright danach rausgebracht hat. Aber End of Watch fand ich wirklich richtig, richtig geil. Vor allem, weil der ein richtig böses, unerwartetes Ende hat. Mit Michael Peña, der mal hier eine ernste Rolle hat und dem wunderbaren Jack Gyllenhaal, den ich sowieso liebe. Ein deutscher Film und zwar Victoria. Den habe ich auch jetzt immer noch nicht gesehen. Schande auf mein Haupt. Ich habe nur gute Sachen von dem Film bis jetzt gehört und der ist ja auch, glaube ich, wie so ein One-Shot. Also der ist, glaube ich, wirklich ein One-Shot, ist nur in einem Take gedreht worden. Klingt alles sehr, sehr geil. Ich muss mir den auf jeden Fall echt bald mal angucken. Gran Torino, zu dem muss ich, glaube ich, eigentlich nichts sagen. Ich denke mal, jeder hat den Film gesehen. Jeder weiß, der Film ist großartig. Clint Eastwood hat hier wirklich ein ziemliches Meisterwerk abgeliefert. Er spielt auch wirklich absolut großartig in dem Film. Muss ich mir auch mal bald wieder anschauen. Das ist schon sehr lange her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Leon der Profi, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Dort könnt ihr übrigens sehen, ich habe ein Poster von dem Film. Habe ich neulich erst mal wieder gesehen und der Film ist einfach so unfassbar gut gealtert. Ein richtig zeitloser Klassiker. Völlig zu Recht. Jean Reno, Natalie Portman, Gary Oldman sind so fucking geil in dem Film, ey. Und die Musik ist auch richtig, richtig großartig. Luc Besson, ich mag den sowieso sehr. Ja, vor allem sein letzter Film, Anna. Wenn ihr den nicht gesehen habt, der ist gerade auf Amazon Prime, schaut den euch unbedingt an. Niemand weiß von dem Film. Richtig geil. Da Cat lügt bis Saul mal wieder zu seinen Wurzeln zurück und hat wieder einen richtig guten Film abgeliefert. Das Regie-Debüt von Alejandro Iñárritu, der Regisseur von Birdman und The Revenant, Amores Peros. Den habe ich neulich das erste Mal geschaut und alter, was ein Film. Vor allem ein richtig, richtig krasses Regie-Debüt an der Stelle. Der Film geht zweieinhalb Stunden und ist eigentlich so eine Milieustudie der mexikanischen Gesellschaft. Krasser Film auf jeden Fall, geht ziemlich unter die Haut, ist auch ziemlich nervenaufreibend und auch sehr deprimierend. Und als Regie-Debüt einfach völlig krass. Nocturnal Animals, auch wieder mit meinem Boy, Jack Gyllenhaal. Richtig geiler Film. Auch so ein Film, wo du dir zum Schluss denkst, what the fuck? Mit einem richtig krassen Ende, was einen irgendwie sehr sprachlos zurücklässt. Aber alter, ist der Film twisted und dark und übel irgendwie, aber richtig gut. Das sind die Filme, auf die ich ja richtig stehe. Sehr, sehr geiles Teil auf jeden Fall. Joyride, auch auf DVD. Wenn ihr euch fragt, what the fuck ist Joyride? Ein Film aus den 90ern mit unter anderem Tobey Maguire und Benicio Del Toro und Adam West. Ihr werdet bald zu dem Film meine ausführliche Meinung erfahren, denn wir haben den zu unserem letzten Trash-Filmabend geschaut. Deswegen geduldet euch noch ein bisschen, aber das Video wird dann wahrscheinlich hoffentlich irgendwann bald mal kommen. Gedreht ist es schon, ich muss es nur noch schneiden. So, und jetzt kommen wir zu den MCU-Filmen. Und im Endeffekt kann ich sagen, ich habe alle MCU-Filme bis hin zu Infinity War. Mir fehlen noch Captain Marvel, Avengers Endgame und Spider-Man Far From Home. Sonst habe ich eigentlich alle MCU-Filme bei mir in der Sammlung und die kann ich jetzt mal ganz kurz zeigen. Captain America The First Avenger. Das finde ich ein sehr unterbewerteter Film. Das ist ein Film, den ich, umso öfter ich ihn sehe, umso mehr mag. Und ziemlich witzig, Rian Johnson hat auch damals in den 90ern war es, glaube ich, oder Ende der 80er, The Rocketeer gemacht, der von der Grundprämisse sehr, sehr ähnlich ist. Wenn man das weiß, macht, finde ich, The First Avenger noch viel, viel mehr Spaß. Ich mag den Film wirklich sehr, ich finde es einfach sehr, sehr amüsant zu sehen, wie Captain America Hydragenten auf die Fresse haut. Ich finde, der hat sehr, sehr viel Charme. Ich finde, der Film wird sehr, sehr oft irgendwie falsch verstanden auch. Ist jetzt kein Überfliegerfilm, aber ein sehr solider Eintrag im Marvel-Universum. Der erste Iron Man ist nach wie vor, finde ich, einer der besten Superheldenfilme, die je gemacht wurden und eine der drei besten Origin-Stories neben dem ersten Spider-Man von Sam Raimi und Batman Begins. Ich glaube, zu dem Film muss ich nicht mehr sagen. Ich finde, das ist nach wie vor ein unfassbar guter Film, der super straff erzählt ist, der richtig Bock macht und der zeitlos ist irgendwie. Vor allem auch von den Effekten. Der Film sieht nach wie vor richtig Bombe aus. Der unglaubliche Hulk. Ich finde, auch der Film ist ziemlich unterbewertet. Ich mag den eigentlich sehr. Das ist ein solider Film, ist jetzt auch kein Überflieger. Aber ein sehr solider Superheldenfilm finde ich auch sehr unterhaltsam und Alter, ich habe den auch so oft gesehen, bestimmt 20 Mal. Iron Man 2 ist ja einer der eher verhassteren Marvel-Filme, könnte man sagen. Ich finde, auch der Film wird schlechter geredet, als er im Endeffekt ist. Im Endeffekt ist er ein solider, durchschnittlicher Superheldenfilm, der mir ganz ehrlich Spaß macht zu schauen. Es ist auch an der Stelle kein großartiger Film oder so und der Film hat viele Probleme, vor allem im Drehbuch und Charaktere werden hier sehr, sehr verschenkt und er wirkt irgendwie ziemlich vollgestopft. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe sehr viel Spaß jedes Mal, wenn ich das Ding schaue. Der erste Thor-Film, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein wirklich sehr guter Superheldenfilm und eine sehr gute Origin-Story. Visuell finde ich den Film vor allem sehr, sehr schick aufgemacht. Ich mag es, wie Kenneth Branagh an die Charaktere rangegangen ist, wie menschlich er die gezeichnet hat und dieser Fish-out-of-Water-Humor, finde ich, funktioniert in dem Film sehr, sehr gut. Deswegen der erste Thor-Film, ich kenne immer wieder sehr, sehr gerne zu dem zurück und für mich ist das tatsächlich sogar einer der besten MCU-Filme nach wie vor. Vielleicht habe ich zudem auch irgendwie Nostalgie-Gefühle, weil ich habe den damals zu meinem Geburtstag im Kino geschaut mit meinen Eltern zusammen. Ey, und am Ende dieser Foo-Fighter-Song. Learning to walk again, I believe I've waited long enough. Geil. Dann der erste Avengers. Den-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen-nen. So ein geiler Film. Alter, und ich finde auch, der erste Avengers ist so zeitlos und so gut gealtert. Wenn man dem Film was angreifen kann, dann, dass die Effekte nicht so super sind wie in anderen Filmen. Und dass er manchmal tatsächlich doch ein bisschen campy aussieht, vor allem wegen dem Outfit von Captain America, aber ich finde, das sind so Sachen, über die kann ich hinwegsehen, aber sonst, die Schauspieler sind super, die Charaktere sind so unfassbar gut geschrieben in dem Film und wie das alles hier zusammenkommt, wie so ein perfektes Uhrwerk, ist einfach grandios, die Dialoge sind mega gut geschrieben, ich sag's immer wieder, ich finde, Avengers hat Dialoge, die sind für mich auf einem Level mit einem Tarantino-Film. Und Leute sagen jetzt hier, das ist ein dummer Marvel-Film und bitte, aber bei dem, also ganz ehrlich, man muss wirklich ehrlich bleiben bei dem Film, der ist fucking gut, er ist mega unterhaltsam und alter, wenn die Avengers zum Schluss zusammenkommen, das ist einfach so ein fuck yeah Gefühl, was sich bei mir jedes Mal einstellt, das ist grandios. Leute sagen auch immer, die Musik in dem Marvel-Film ist irgendwie schlecht und ich finde, der Film hat zum Beispiel einen ziemlich guten Soundtrack. Genau, das war ja die Phase 1, ähm, die Phase 2 habe ich hier in dieser, in dieser, in dieser komplett Phase 2 Collection, ähm, mit den Orb von Guardians of the Galaxy. Genau, hier sind die Filme der Phase 2 drin, kann ich euch einmal ganz kurz zeigen, vor allem, die sind wirklich sehr, sehr schick aufgemacht, in so ein, so ein Sonderedition, so ein Pappdingern irgendwie, das sind hier so eine, so eine Extras. Dann haben wir hier Iron Man 3, ist, finde ich, einer der schwächsten Marvel-Filme auf jeden Fall, der ist nicht schlecht, der Film ist nicht schlecht, der ist durchschnittlich irgendwie, finde ich, aber ich mag den Film nicht sonderlich, vor allem wegen der zweiten Hälfte, ich finde, der Film ist manchmal ein bisschen zu viel des Guten und, ähm, der Humor funktioniert für mich nicht so gut wie in den anderen Iron Man Filmen, war ich ein bisschen enttäuscht von, ehrlich gesagt. Guardians of the Galaxy, absolut großartig, also was James Gunn hier aus dem Boden gestampft hat, sucht wirklich seinesgleichen, ich bin auch wirklich gespannt, was er mit The Suicide Squad nächstes Jahr dann auf uns loslässt. Ja, sehr guter Film auf jeden Fall, der sehr, sehr viel Spaß macht und sich auch irgendwie dann doch von den anderen Marvel-Filmen abhielt, weil man merkt, dass James Gunn eine sehr, sehr freie Hand hatte bei dem Film. Thor 2 ist okay, finde ich, wird auch irgendwie schlechter gemacht, als er im Endeffekt ist, ich habe sehr, sehr viel Spaß jedes Mal, wenn ich den Film schaue, ich nehme das Ganze allerdings auch nicht so ernst, aber vor allem die Szenen zwischen Thor und Loki in dem Film sind wirklich großartig. Captain America The Winter Soldier, definitiv einer der besten MCU-Filme, der Film hat Captain America irgendwie, hat ihm so ein Revival gegeben als Filmfigur, das fand ich sehr, sehr geil und vor allem, Alter, das Art-Design von dem Ding ist doch mal der Shit, oder? Dann Avengers Age of Ultron, ja, der ist nicht so gut wie der erste Avengers und der Film hat viele Probleme, hauptsächlich auch wieder so im Drehbuch, alles andere, Action, Charaktere, Schauspieler, ist alles super, der Film geht aber definitiv irgendwie unter zwischen den ganzen restlichen Marvel-Filmen. Und dann Ant-Man, ein Film, der sehr okay ist, ehrlich gesagt, ist auch kein Überfliegerfilm, aber ich mag ihn. Schade, dass Edgar Wright ihn damals ehrlich gesagt nicht gemacht hat. Das waren die Phase-2-Dinger. Die sind hier übrigens auch alle nochmal als 3D-Blu-Ray mit drin. Ich habe keinen 3D-Blu-Ray-Player, ich mag auch keinen 3D-Gucken, ich finde das ziemlich nervig, von daher ist es egal, aber die Filme liegen halt auch trotzdem in 2D vor. Ich spiele aber ganz ehrlich mit dem Gedanken, dieses Teil irgendwann zu verkaufen, weil man kann es für richtig viel Schotter mittlerweile loswerden. Und mir reichen auch die ganz normalen Keep-Case-Varianten davon. Machen wir weiter, Guardians of the Galaxy Vol. 2, den finde ich richtig geil. Ich finde den nochmal deutlich besser als den ersten Guardians of the Galaxy, weil der eine interessantere Story hat, eine interessantere Story-Struktur. Und was Spannenderes einfach mit den Charakterentwicklungen hier macht, so emotional ist und optisch einfach der Hammer ist. Also anders kann man das gar nicht ausdrücken. Dann habe ich natürlich Captain America Civil War. Für mich einer der 3 besten Marvel-Filme und der beste Captain America-Film. Kleines Meisterwerk ehrlich gesagt irgendwie, dass sie das auch hier nochmal alles so schön zusammengebracht haben. Geile Einführung von Black Panther und Spider-Man in dem Universum. Die Action ist phänomenal gut. Und der Film ist richtig, richtig spannend ehrlich gesagt, auch wenn ich ihn schon 4-5 Mal gesehen habe oder so. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von dem Steelbook. Ich finde das Design nicht sonderlich spannend. Das Backcover schon eher. Und dann hier dieses, dass sie bei diesen Disney-Steelbooks immer die Profile von den Charactern hinten auf den Rücken schreiben. Anstatt des Titels finde ich irgendwie ganz schön nervig. Beim Steelbook von Spider-Man Homecoming haben sie es nicht gemacht, aber das wurde ja wahrscheinlich auch von Sony vertrieben. Ich weiß es gar nicht. Das finde ich richtig, richtig schick. Das ist ein richtig geiles Art-Design, finde ich. Übrigens, wenn man das hier so aufklappt, ergibt das auch ein Bild. Spider-Man Homecoming mochte ich wirklich sehr. Ich bin ein riesiger Spider-Man-Fan. Ich muss aber auch sagen, gerade nachdem ich jetzt Tobey Maguire-Filme nochmal geschaut habe, die kommen da dann leider doch gar nicht ran. Black Panther an der Stelle nochmal. Rest in Peace, Chadwick Boseman. Sehr, sehr schade, dass er jetzt vor kurzem von uns gegangen ist. Vor allem mit, ich glaube 42 oder 43 war er viel zu jung. Es ist wirklich gar kein Alter. Black Panther ist ein ziemlich cooler Film, finde ich. Ich mag den wirklich sehr. Ich habe meine Probleme mit dem Film, vor allem gegen Ende. Ich mag das Finale von dem Ding halt überhaupt gar nicht und das ist sehr, sehr schade, weil der hinterlässt dann immer so einen sehr bitteren Nachgeschmack bei mir im Mund. Sonst finde ich den Film aber wirklich ziemlich cool. Vor allem das Steelbook-Design finde ich sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, viele Leute mögen das Steelbook nicht. Ich finde es sehr, sehr geil, wie schlicht das gehalten ist. Und auch hier steht dann lustigerweise doch der Titel auf dem Rücken. Ant-Man and the Wasp. Das war irgendwie auch so einer der Marvel-Filme, an dem sich dann die Leute auf einmal festgebissen haben und so gesagt haben, Marvel ist scheiße. Und ich dachte so, der ist wie alle anderen Marvel-Filme. Wo ist das Problem? Tatsächlich habe ich mit dem Ding sehr, sehr viel Spaß. Ich finde den irgendwie besser als den ersten Ant-Man, weil ich den unterhaltsamer finde. Ich finde die Action-Szenen kreativer und ich mag, dass hier mehr interessante Figuren in dem Film drin sind. Warum die Leute ausgerechnet diesen Film auf die Goldwaage legen und sagen, das ist kein cineastisches Meisterwerk und Marvel ist keine Kunst. Denke ich mir so, ja und was habt ihr von dem Film aber erwartet? Das ist Ant-Man and the Wasp. Hören aus, rein damit Spaß haben. Wo ist das Problem? Dr. Strange. Das ist der Marvel-Film, den ich am allerwenigsten mag, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich gar kein Fan von dem Film. Ich habe ihn auch nur in der Sammlung komplett halber. Hat ein paar coole Action-Szenen und Benedict Snapple-Batch ist ein sehr guter Dr. Strange, finde ich. Und ich mag den Film weder von der Story noch von der Regie oder den Nebenfiguren irgendwie so wirklich. Die Effekte sind auf jeden Fall richtig Bombe. Das muss man dem Film lassen, aber ich finde, so viel mehr hat er dann auch, ehrlich gesagt, nicht zu bieten. Thor Ragnarök ist, finde ich, ein interessanter Marvel-Film. Taika Waititi. Hey, man. Mein Name ist Cook. This is me. Will ich join the revolution? We are about to hop into the normal spaceship over there. Will ich komm? Das ist so ein Ding. Mal finde ich den Film richtig geil und mal finde ich den Film richtig nervig. Das hängt irgendwie mega davon ab, wie ich gerade drauf bin. An sich, ja, ich hätte es cooler gefunden, wäre man den Film wirklich ernst angegangen und mehr so im Spirit von Thor 1 und 2. Ja, aber ich meine, ey, Taika Waititi hat da draußen ein humoristisches Action-Feuerwerk gemacht. Was viele Leute mochten, was auch völlig okay ist. Ich finde bloß viele Sachen in dem Film dann leider irgendwie ein bisschen verschenkt. Und Avengers Infinity War, der ist richtig super, finde ich. Der macht richtig Bock zu gucken. Der ist ernst an den Stellen, wo es angebracht ist. Ist lustig an den Stellen, wo es angebracht ist. Ist sehr, sehr spannend und wirkt, obwohl super viele, ich meine wirklich super viele Charakter in dem Film vorkommen, niemals unübersichtlich. Das ist echt eine kleine Meisterleistung. Ja, das war's mit meiner Filmsammlung für dieses Mal. Das nächste Mal reden wir über meine Fantasy-Filme in der Sammlung. Vielleicht noch über Sci-Fi, vielleicht aber auch über Action. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Jedenfalls danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.